Herzlich Willkommen, mein Name ist Daniel vom Freeliving Center Berlin. Ich möchte euch heute einen neuen Schnorchelhalter vorstellen, den sogenannten Snowmac. Das Besondere am Snowmac ist, dass er magnetisch ist und über diese magnetische Verbindung den Schnorchel am Maskenband fixiert. Das Ganze habe ich euch einmal vorbereitet und zwar habe ich den Schnorchelhalter an meinem Maskenband fixiert. Der sitzt wirklich bombenfest. Man kann ihn an fast jedem Maskenband befestigen über eine Clipverbindung. Der zweite Teil des Schnorchelhalters wird am Schnorchel fixiert. Ihr habt noch ein zusätzliches Innenstück, um auf verschiedene Durchmesser das Ganze anzupassen. Und wenn ihr jetzt die Verbindung herstellen wollt, habt ihr auf der einen Seite den Halter am Maskenband und den Schnorchel. Führt ihr das Ganze zusammen, bleibt der Schnorchel automatisch hängen. Ihr könnt euren Body beobachten, könnt schnorcheln. Wenn ihr abtaucht, ist es immer ratsam, den Schnorchel nicht nur aus dem Mund zu nehmen, sondern auch wieder abzumachen, damit er nicht verloren geht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren und ich freue mich darauf, euch im nächsten Video auch wieder was Schönes über das Freitauchen zu erklären. Bis dann, tschüss!